Was geht ab Leute, euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Shop-Video und zwar Leute, aktualisiert sich der Shop auf jeden Fall in wenigen Sekunden, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, heute Abend im Stream vorbeizuschauen, um 20 Uhr geht es schon los, der ganze Shop aktualisiert sich jetzt, oh mein Gott, what the fuck, Digga, ich würde sagen Leute, bevor wir uns diese ganzen Sachen anschauen, wir haben hier Todesteil und zwar 1500 V-Bucks, Damals habe ich den aus Versehen gekauft gehabt, aber danach Leute, ohne Witz hat er mir wirklich immer mehr und immer mehr gefallen, danach haben wir hier totaler Nullpunkt, ich feiere diesen Skin absolut gar nicht, deswegen werde ich ihn mir auch nicht zulegen, dann haben wir Superbeinarbeit, Superbeinarbeit ist eigentlich ganz in Ordnung, also kann man sich wirklich geben, falls man natürlich Bock drauf hat, dann Leute, als nächstes haben wir hier die 100 Battle Pass Sterne, die könnt ihr euch natürlich kaufen, falls ihr, ich sag mal was schnell leveln möchtet oder sonst was, Danach haben wir hier Fuß Finesse, das ist ein Emote, der mir persönlich mega gut gefällt, ich feiere den, deswegen habe ich ihn mir gegönnt, und als letztes dann haben wir hier den Garnissen Charakter, ich muss sagen Leute, der Garnissen Charakter ist eigentlich ein mega cooler Charakter, vor allem, weil Leute, er sieht so aus wie der Royal Bomber, ist auch sehr günstig, 800 V-Bucks, also meiner Meinung nach kann man sich das Ganze geben, Soviel zur rechten Seite, schauen wir uns nochmal die linke Seite an, dort haben wir die Clown Charakter bekommen, und zwar einmal diesen netten Herrn hier für 1500 V-Bucks, mit dem mega coolen Rücken Accessoire hier, und zwar dieses Ballon Lama, ich muss ehrlich sagen Leute, der Charakter an sich so, sieht nicht cool aus, aber wir können diesen Charakter mit Challenges aufwerten, und dieser sieht dann so aus, achtet mal auf seine Augen, mega mega geil, Ich finde bei dem Charakter ist der jetzt nicht so fresh, aber ich finde das Rücken Accessoire so geil, deswegen muss ich ihn mir einfach zulegen, dann Leute, haben wir hier natürlich eine weibliche Variante, ich weiß gar nicht, ist es, ja, es ist absolut Ramirez, mit abgeschnittenen Zöpfen und sowas, mega mega geil, was ich hier feiere, Leute, dieser Rucksack ist so geil, Alter, das ist der geilste Rucksack im Fortnite, meiner Meinung nach, also ohne Witz feiere ich, übelst, dann, mit einem anderen Stil, sieht die dann auch so aus, also mega mega geil, das Ganze wird sich hier auch meiner Meinung nach absolut gegönnt, ich kann es euch auch empfehlen, weil solche Charakter, die man auch so ummodifizieren kann, indem man sie auflevelt, finde ich persönlich mega geil, ich gucke mal, was man dafür tun muss, muss man dafür was tun, ach Leute, man muss dafür nicht mal was machen, what the fuck, wie chillig, also beide Charakter könnt ihr direkt ausrüsten, und damit anfangen zu zocken, wie gesagt, einmal diesen Rucksack, und diesen Rucksack gibt es dazu, und ohne Witz, beide sind voll geil, Lama bewegt sich, aber ey, dieser Rucksack ist so geil, feiere ich, Digga, ohne Witz, feiere ich, mega geile Charakter, nach einer langen Zeit mal wieder etwas, wo ich sage, Digga, die V-Bucks lohnen sich, ah Leute, 1500 kosten die nur, das heißt, sie sind episch, sie kann man ummodifizieren, und die haben mega coole Rückenaccessoires, also ich persönlich kann euch nur empfehlen, die Links unten in der Videobeschreibung abzuschicken, um euch direkt V-Bucks zu gönnen, egal um welche Uhrzeit, ihr bekommt die innerhalb von 2-3 Minuten geliefert, und Leute, ihr könnt bis zu 5 Euro sparen, und das Ganze findet ihr unten in der Videobeschreibung, ihr könnt von A bis Z mit allem bezahlen, PaySafe, Paypal, Handy, alles drum und dran, schaut mal gerne vorbei, ich würde sagen, wir machen uns nochmal ganz kurz einen Blick vom Battle Royale Modus, schauen dort dann nochmal, was dort für ein Lama ist, ich denke mal, sollte jetzt nichts Besonderes da sein, was mal wieder cool wäre, wenn wir ein kostenloses Lama bekommen würden. So Leute, wir haben das Super Anhänger Lama bekommen, einigermaßen in Ordnung, kann man sich gerne geben, hier kommt oftmals mythische Überlebende raus, aber auch sehr gute normale Überlebende, also ich persönlich kann es euch empfehlen, es ist mega gut, aber es ist ein recht teures Lama, das heißt, ihr müsst doppelt und dreifach überlegen, ob ihr euch das Ganze gönnt oder nicht. Im Event Store ist weiterhin alles gleich geblieben, da hat sich leider noch nichts geändert, aber das ist ja normal. Im Großen und Ganzen, Leute, soll es aber auch schon hier mit dem Video gewesen sein, natürlich hoffe ich wie immer, dass euch das Video gefallen hat, ihr könnt mir ja gerne mal eure positive Bewertung unten in die Kommentare reinschreiben und eine da lassen, würde mich persönlich mega freuen. Ja, an der Stelle würde ich mich dann aber auch schon verabschieden und würde sagen, Leute, wir hören uns auf jeden Fall im nächsten Shop-Video, haut rein, geht mit dem Flow, euer Frips, ciao! Wow, wieso Stream snipen? Aber wenn du hier einen Sieg holst, kriegst du auf Discord deinen eigenen Rang. Ja, hier haben wir nochmal gerade gesehen, wie schlecht eigentlich Ehrenbruder Mock ist. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.